Willkommen zurück in einer weiteren Runde bei Watch Dogs in den Hauptquartier und starten schon mal die Mission. Machen die zwar nicht, aber haben die schon mal so weit angefangen? war was dabei ich habe uns schon eine spitzen gelegenheit herausgesucht also die wiederwahlkampagne des abgeordneten fluss kriegt logistische hilfe von in weit das ist seltsam und illegal genau wieso spenden die ihm kein geld in weit hat über jahre gesammelte daten ich meine der schritt ist viel mehr wert als geld aber warum helfen ihnen deppen wie thruss ohne fremde hilfe findet er seinen eigenen hinternich greifen wir ihn an mal sehen was er macht ja soll er mal reagieren treiben wir ihn raus geben wir das bekannt mag es glaubst du kannst ihm eins reinwürgen ich weiß schon was für ihn ich verziere die mordsreklame wand mit seiner dummen visage drauf eine deutliche botschaft und ich kümmere mich um seine Wahlkampfgelder und ich werde ihn in den sozialen Medien blamieren und ich demoliere auch gleich seine Website und ich mach auch seiner Online-Werbung Platz ich gehe mir noch ein Bier holen schön da haben alle was zu tun Eure Freiheiten sind nur in einer starken Demokratie sicher aber Interessen von Konzernen beeinflussen wahlen eure Wahlen euer soziales Lieblingsnetzwerk in weit weiß alles über euch und sie manipulieren eure Feeds um eure Meinung für ihre Interessen zu kontrollieren sie täuschen euch damit ihr diese Marionette wählt den Abgeordneten in weit besitzt das mächtigste Werkzeug zur Meinungskontrolle das es hier gab verteidigt Demokratie hilft uns in weit zu vernichten leitet uns prozessorleistungen wie wir unsere erb herunterladen und gemeinsam schnell wie Thrustlos hilft uns wir sind der Zeck oder machen wir gleich doch die ganze da schon mal los gehen na gut egal wir machen auf jeden fall die eine und die andere Mission und schauen mal warum was wird passieren gut sind wir draußen haben wieder die Waffe geholt die ich gerade eben hatte die ich verloren habe dummerweise aber jetzt haben wir noch eine und ach komm ich bin gleich mal das Auto hier Neues Sommer ja und schön ok wo ist die Mission? ach das hier vorne ist es gut da sind wir gleich in der Nähe von den anderen, weil wir nicht weiter müssen des weiteren habe ich noch neue Farben gekauft für die Geräte für den Jumper und für unsere Drohne aber da fehlen noch zwei Dreier da war das Geld an die müssen wir noch mal später nachführen weiß gar nicht wie viele Fokte wir haben schau mal kurz nach wir müssten doch jetzt noch mal aufgestiegen oh 13 13 13 Stück hm ich dachte es war mehr und da habe ich mich wieder von unverfahren und abgestehen nach aus Versehen na gut die fährt auf der Wurst Spur dachte ich gar nicht woher die Wurst steht da da interessiert keiner so wir kommen jetzt da rein und reicht es einfach um Drohne zu machen na ich glaube wir müssen da hoch irgendwie und jetzt suche ich wieder den Weg nach oben ah da ist ein Kran da könnte uns mehr hilflich sein das könnte uns irgendwie hilfreich sein hilfreich sein auch wenn ich immer ein bisschen naja mich Bescheid anstelle beim Steuern aber großen Ganzen machen wir es mit denen denn wir müssen da hochkommen um um die genau die Richtung um 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 bleib stehen Aso sie sind schon da das sind keine um deswegen schnell auf dem dreidler drauf Kognitiv nach Sonsten es geht nicht weiter so müssen wir irgendwie hochkommen da sind wir sehr schön dann nehmen wir unser kleines Spielzeug und ich schaue direkt zum riesigen Abgeordneten Thras auf der Reklamewand mach dein Ding an los geht's oh 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 da müssen wir hin und da ist es kaputt müssen wir noch kurz ein bisschen warten dass es wieder da ist oh oder können wir hier da ist ein Loch toll schön dass ich es jetzt hier einfach mal umgucken und dann hätten wir es klärt und dann könnten wir da einfach rein aber gut warten wir halt noch ein bisschen und warten und warten und warten ah richtig hier ich habe auch da neue Farbe gekauft in schwarz gelb man sieht es jetzt nicht so richtig aber da ist schwarz gelb dann haben wir noch die hier also die total unauffällig und halt noch in die sehr schön genau das ist was wechseln wir wieder und an die Weg ah es ist da wir können weiter gehen genau der ist grün und noch das hier zeigen also das und das sieht die lag gut aus gut habt ihr alles gesehen mehr gibt es nicht und dann geht es noch mal da hoch und dann fange ich noch mal an mit malern schön bisschen abgeschlossen und können wieder nach unten und sie begeben jetzt weiß er dass wir hinter ihm her sind wunderbar ein ganzes team dezek mitglieder arbeitet an vor anderen anzeigen klasse inzwischen habe ich ein paket für den invite server geschnürt trifft mich draußen vor invite und ich erklär's dir klar bis später ok reicht so da geschafft und ich glaube davon der stand motorrad oh ein käfer wir müssten eigentlich gleich da sein gibt es davon eigentlich was zu sehen mal kurz gucken wenn wir einmal da sind dann ne ich seh nichts seht ihr was ich glaube nicht ok was haben die geld ok und wir suchen noch mal in weiter waren wir schon mal vor langer langer zeit deswegen ach ne das war falsch hier rein also hier rein ach kack verzeihung ach schade was soll denn der scheiß ja weiß ich auch nicht ach ach die anzeigetafel war super wir wollten eine reaktion wir haben eine reaktion wir haben eine mail von an seine leute erwischt er ist mächtig angepisst er fordert ein gesetz gegen gruppen die über die möglichkeit verfügen geschützte anweisungen und handlungen offen zu legen das sind wir klingt nach etwas das in weit unterstützen würde das ist ein grund dafür dass sie du musst dich ins büro der geschäftsführerin hacken und hier ist ein expert der eine backdoor zu ihren servern öffnet noch ein usb mit denen könnte ich einen laden aufmachen den solltest du nicht verkaufen ok so in weit wir kommen erneut ach so stopp als ich das letzte mal da drin war lief es nicht ganz so gut ging echt voll daneben ja nicht dran denken übrigens deshalb wurde die sicherheit verschärft das sind ja tolle neuigkeiten die wir wollen uns nichts gutes die sind uns nicht gerade sehr wohlgesonnen aber irgendwo war doch so ein kleines Ding zu öffnen alles zu alles zu wir kommen hier nicht rein schade oh was hat er denn für ein Problem nur registrierte Einsatzkräfte dürfen weiter als bis hier gehen sie weiter was was ach Leute ich wollte es so stylisch machen und jetzt das jetzt werde ich uns nie finden was wo denn was ist ist der auch uns böse er wäre es auch böse kannst du weg gehen was passiert na komm hoch ok sehr schön was auf jeden Fall ausgescheiden ich wiederhole benötigen weitere so 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 gut gelingt so gut gelingt so gut gelingt warte so ok jetzt kommen wir mal rein dann können wir uns da drin umsehen eigentlich wollte ich das genauso machen wie gerade eben aber gut nicht schlecht ist wir haben keine so 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 hier geht es wieder hoch ja ok ok da hast du mir das hier drehen das hier drehen das weiß ich nicht wie das am besten ist das können wir noch einmal drehen das hier drehen sonst das geht jetzt auch nicht weiter so das das können wir drehen gut das können wir drehen ach Leute wieso das denn gerade so das ist besser aber jetzt hat das da vorne keine Energie schade gut gucken wir hier um da fehlt auch eins da fehlt auch eins da fehlt auch eins machen wir das mal so und das ist egal jetzt fehlt da wieder eins hm läuft gerade nicht gut machen wir das nochmal so so das machen wir so rum und jetzt können wir das ja wieder drehen so so läuft es ganz gut jetzt haben die alle saft und wir können nach hier weiter so das noch öffnen das noch öffnen eins zwei das ist auch egal so zwei und jetzt nur die dritten da oben ist noch feindlicher da oben ist noch feindlicher wo kommt der denn her so auch nochmal riesig hier ganze Geschichte das gucken wir uns erstmal hier um das ist auch das ist so wieder besser jetzt haben wir da Energie mach jetzt mal so in die Richtung ok haben wir da ein so sieht es besser aus so sieht es besser aus ok der hat Energie der hat Energie das und jetzt sollte uns das ganze gelingen oder ja schön jetzt hat jemand die ersten und das erste genau so du machst das ok was ist damit siehst du was ich sehe seht aus wie scheiße verdammt das man die manipulieren die Leute damit sie was will das 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 ist genial macht das schon auf dem Weg erst mal eine Treppe nach oben finden erst mal eine Treppe nach oben finden hier geht es nach unten da oben ist einer aber stört erst mal nicht da wir noch nicht da sind ach stimmt die war hier die Treppe nein ich wollte ja auch nur sicher gehen nicht dass er wieder aufwacht aber ist jetzt zwar nicht woanders da ist da ist die Polizei also Freund und nicht so hilfsbereiter Helfer komm wie lange dauert es noch ok angezapft wir zeichnen alle ihre Gespräche auf wir hören alles was sie sagt ich glaube wir sollten jetzt mal verschwinden einfacher sagt als getan ich weiß gar nicht wo wir her sind achso können wir gehen gleich mal den Ausgang nutzen fahren gleich mal weg und zu gut hat die Polizei nicht mitgemacht tadaaa abgeschlossen sehr schön ok ok bin raus Josh ändert gerade den Invite Algorithmus um Thrust zu schaden hey einer der anderen Kandidaten hält eine Wahlkampfveranstaltung vor dem Rathaus ich könnte dich ja da treffen cool cool ich glaube wir haben unser nächstes Ziel aber das ganze machen wir im nächsten Video in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal für Aufmerksamkeit und hoffe es hat euch gefallen natürlich sehr freuen euch auch nächstes Video wieder begrüßen zu dürfen natürlich würde ich das ganze gerne deutlich nach oben geben kommentieren und mich abonnieren diesen dicken Dank für das Einschalten das nächste Mal euer Coochie ah klar mal das gucken wir uns was an Onlinegerüchten zufolge gehörte zur Onlinehackergruppe DeadSec doch das ist noch unbestätigt was halten sie vom Facelifting für unsere Brücke? sagen sie es uns auf Invite wir lesen ihre Kommentare in der Sendung vor ok sind gespannt was sie vorlesen alles gut so ok alles drei es war sehr sehr nett in diesem Sinne dicken Dank für's dabei sein euer Coochie jetzt ich ich das das